Hi Leute und willkommen zurück zu Elex. Im letzten Part haben wir so versucht ein bisschen mehr über unsere Alien-Eindringlinge zu erfahren. Ob wir jetzt Proben genommen haben oder versucht haben, verschiedene Computerchips, oder Chipknoten rauszufinden, die sie benutzen möchten. Ja, wir wollen erstmal einen Pakt mit den Morkons schließen, dass wenn wir vom Norden her angegriffen werden, dass die nicht von Süden auch noch kommen und uns angreifen. Dafür müssen wir jetzt beweisen, dass wir schlagkräftig genug sind, um so eine kleine Truppe hier auszuschalten. Das machen wir dann auch nochmal gleich. Also ich habe festgestellt, bei den Gefährtenquests, ist bei einigen Gefährten halt richtig gute Waffen zu finden und bei anderen Gefährten ist es einfach nur Trash. Da ist dann, du machst mir Ärger, als du mir hilfst, du Quests. Und bei dem Alp-Mädel und bei Crony war jetzt eigentlich immer, du hast immer noch nebenbei noch guten Stuff gefunden. Und mal schauen, ob wir die Ganzen da noch wegbekommen, ohne Heilung. Also wird sicher auch noch Heilung irgendwo liegen. Schaffst du es, Jacks? Ich blieb. Ja, doch nicht. Also natürlich Essensheilung habe ich. Zahlt hat Zigaretten sehr schön. Da gibt es wieder gut Geld für. Da, da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Müssen halt alle nur Stück zu Stück machen und nicht dass alle auf einmal ankommen. Komm her. Tja. Ja. Ja. von dem hätte ich gerne diese Waffe die haben wir erst einmal wollen wir wahrscheinlich auch zehnmal kannst du was soll ich machen die Waffe im Boden sieht noch raus ja das war auch so ein Problem im ersten Teil das so oft irgendwas im Boden verschwunden ist na was hierüber danke so wir haben einmal 100 ja arbeiten wir damit schön langsam uns hetzt nix außer dass wir noch 6488 Erfahrung brauchen wir für das nächste Level ab oh oh hier hat Bock ja ich die sollen endlich dunkel Elex droppen ich brauche jetzt 60 dunkel Elex pro crafting soll heißen das brauchen wir unbedingt mehr also ich weiß dass die vierten Viecher das dunkel Elex droppen auf jeden Fall du bist du hinter mich das war die Drohne dann da da das 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 ich das 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 Die Anzeige kommt gar nicht hinterher mit dem ICP. Die Anzeige kommt gar nicht hinterher mit dem ICP. Die Anzeige kommt gar nicht hinterher mit dem ICP. Die Skyans manipulieren Gerätschaften unserer alten Welt. Wer weiß, was sie damit anstellen, wenn wir sie nicht daran hindern. Die Anzeige kommt gar nicht hinterher mit dem ICP. Die Anzeige kommt gar nicht hinterher mit dem ICP. Da sehe ich noch eine... Das ist okay, ja, nice. Den habe ich doch nicht gekillt. Die Anzeige kommt gar nicht hinterher mit dem ICP. Die Anzeige kommt gar nicht hinterher mit dem ICP. Die Anzeige kommt gar nicht hinterher. Okay. Das war es schon. Die Anzeige kommt gar nicht hinterher mit dem ICP. Die Truppen der Skions an den Infinite Skies-Wahrzeichen der alten Welt sind erledigt. Wirklich? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und dafür ist eine ominöse neue Macht verantwortlich. Mehr oder weniger. Ja. Ich habe mich mal umgehört. Sie haben sich in der alten Bastion hier in Karakis niedergelassen und nennen sich die sechste Macht. Nicht wahr? Wie vermessen. Ein erbärmlicher Haufen von Spinnern, die dort ums Überleben kämpfen. Nicht sehr beeindruckend, wenn du mich fragst. Keine Ahnung, wie sie die Sky-End-Truppen überwältigen konnten. Ich vermute, du bist daran beteiligt gewesen, oder? Ich will eigentlich gar nichts damit zu tun haben. Blödsinn. Das kauft dir doch keine Sau ab. Du willst, dass ich einem zeitlich begrenzten Nicht-Angriffspakt mit deinen Leuten in der Bastion zustimme? Das wäre in unser aller Interesse. Euer Glück ist, dass wir Morkons nicht an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen können. Außerdem müssen wir nach den kürzlichen Aktionen wieder unsere Kräfte sammeln. Das wird eine Weile dauern. Solange solltest du mit deinen Leuten in der Bastion einige Dinge regeln, damit es nicht zu einer vorzeitigen Eskalation kommt. Was sind deine Bedingungen für einen Nicht-Angriffspakt mit der Sechsten Macht? Ich will, dass du bei den Leuten in der Bastion das Zepter in die Hand nimmst. Ich traue dir zwar nicht, aber ich kann dich nach den kürzlichen Ereignissen besser einschätzen, als die anderen Anführer der umliegenden Gemeinschaften. Ist das alles? Du wirst mir über die Vorkommnisse der Sechsten Macht Bericht erstatten. Aber ich warne dich. Ich habe gute Informanten. Offensichtlich. Ich will, dass du mit offenen Karten spielst. Ansonsten vergessen wir die Sache gleich wieder und ich setze deine kleine Bande ganz oben auf meine Liste. War das deutlich? Also, raus mit der Sprache. Wie sieht es bei euch da oben aus? Okay, hier mein Bericht über die anstehende Aktion der Sechsten Macht. Ich bin ganz ohr. Ich habe da noch ein ganz persönliches Problem. Es hat mit dem dunklen Elex und DNA-Fragmenten der Skyhands zu tun. Das kann noch ein Weilchen dauern. Die Sechste Macht ist eine sehr ambitionierte Troppe. Jedoch ist sie noch lange nicht so weit, den Skyhands die Stirn zu bieten. Darum muss ich immer wieder bei ihnen nach dem Rechten sehen, vor allem bei denen, die sie leiten. Des Weiteren bleibt noch der Nicht-Angriffspakt mit den Morkons. Wir können nicht riskieren, dass du uns in den Rücken fällst. So, so. Sehr interessant. Nur weiter so. Ich erwarte in Kürze deine N... Ich werde das natürlich erst von meinen Lauf... Okay, hier. Ich... Ich hab... So. Okay, er sagt nichts anderes. Dann sind wir damit durch. Heißt... Können wieder Chips... Chipknoten suchen. Skyhands Spähtrupp in dem Gebäudekomplex direkt vor uns. Die Jungs werden langsam lästig. Na schön, kümmern wir uns drum. Los, mach schon. Äh... Weiter geht's. Ja, Commander. Der, Säkert. Die Skions scheinen die Kontrollknotenchips weiterentwickelt zu haben. Gut so, dann geben sie uns vielleicht auch mehr Informationen, wenn wir sie erbeuten. Ich muss aufpassen, ich hab Dings. Ich hab die Brille auf, deshalb nicht so viel Verteidigung. Da ist ein Muthund. Der interessiert uns ja erstmal nicht. Auch noch ein Krieger-Flieger. Wir wollen ja hier rein. Wir wollen sie in dem Gebäude von dem anderen. Und hier ist sie draußen gelassen, danke. Dieses Zyloportieren, ne? Huh? Ja. Ja! Okay, ein paar sind da noch. Okay, ein paar Mal. Das war's für heute. überraschende erkenntnis diese soldaten haben mehrfach verbindung mit ihren neuralen systemen gehabt bevor wir sie gestört haben du meinst mit ihren eigenen salopp formuliert könnte man sagen die skions besitzen die fähigkeit ihren geist mit ihren rechnern zu verbinden alles okay bei dir du hörst dich so ungewohnt an die analyse der letzten einsätze ergab eine höhere effizienz wenn ich eine solche ausdrucksweise wähle du meinst die gespräche mit mir werden dadurch kürzer weil ich keine dummen fragen mehr stelle das ist eine sehr simple interessant zu wissen wäre nur wie viel kontrolle die skions über sich und ihre maschinen haben oder läuft es wie bei dawkins der angeblich einen teil seiner selbst aufgeben musste um sich mit der maschine zu vereinen ein weiterer scan wird uns diese frage sicher beantworten ich werde meine nächste auto sehr gut macht das nur noch mal so ein starker was what the fuck ähm die Echse hier Ja. Wenn da noch so ein Echsenviech irgendwo herkommt. Jo. Sehr schön. Krankmeldung. Wir sind doch... Ja, ich wollte schon sagen... Ich wusste, ich kenne den Ort. Ähm... War hier schon mal... Ja. Da oben drauf waren wir doch, oder? Oder sieht das hier wieder nur... Ne, das sieht nur so aus. Das sieht nur so gleich aus. Ja, das brauchen wir so schön. Ja. Immer schön dunkles Elex überall hin platziert. Das ist sehr nice. Dunkles Elex. Shotgun Money. Treibstoff. Nicht unbedingt in die Reihenfolge, aber... Geschützt Money. Okay. Wie ist das? Tresore. Sind halt keine Freunde. Ah, wir gucken mal. 1, 4, 8, 9 sind schon raus. 2, 0, 5... Ich weiß halt nicht, warum das nicht geht. 5 ist richtig und auch an der richtigen Stelle. 6 ist richtig, aber nicht an der richtigen Stelle. 5 und 7 sind richtig, 6 ist nicht an der richtigen Stelle. 5 und 8 sind richtig, 5 und 7 sind richtig, 6. 2, 6... 2, 6... K. Ähm. Es kann doch nur noch 0 sein, oder? 2, 6... K. 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 Trash, Trash, Trash. Okay. Ich hätte gehofft, wir finden, aber jetzt irgendwas Nices noch. Können wir ein wenigstens Nices mehr finden, ne? Dann bist du da dran schuld. Ich merke mir das. Kimana ist gut. Und Granat... Ja, Granatenlauncher. Zigarettchen für unterwegs und noch ein Tresor. Das war nichts. Funktioniert nicht. Hä? Das ist... Warum ist das? Hm. Egal. So, dann hätten wir das eigentlich auch gemacht, was Adam von uns wollte, halt mit dem anderen Typen reden. Ja. Ja. Noch mehr was schien. Was ist mit euch los? Was ist das? Oh! Was ist das? Oh! okay dass das geht aber noch nicht gewusst jetzt ist das geht unser raketenwerfer nice ok gehen wir zurück wo der sohn ist weg deshalb will der andere mit uns sprechen der steht hier nicht mehr was ich noch sagen wollte du solltest dringend ja ich weiß ich sollte dringend etwas gegen meine aussätze unternehmen ich kümmere mich darum sobald ich die zeit dazu finde und wie läuft es mit dem patriarchen viktor hast du dich mit ihm schon einigen können er will mehr über unser vorhaben erfahren gut dann gibt ihm was er haben will über kurz oder lang wird er es sowieso herausfinden bist du dir das sicher der mann ist ein polverfass wir sind hier in seinem land wenn victor es gewollt hätte dann wären wir schon lange geschichte versuch ihn einfach bei laune zu halten wie du meinst was passiert da bei den klerikern ich bin mir noch nicht ganz sicher diese falsche gottheit der kleriker diesen fluch werden sie nicht mehr richtig los ich gehe davon aus dass du die sache erledigt hast ich bin mir noch nicht ganz sicher was ist schon sicher wenn es um die kleriker geht aber nun denn vielen dank für diese nachricht die skyens manipulieren diese infinite skies wahrzeichen der alten welt warum tun sie das so viel ich weiß benutzen die kleriker einige davon als wallfahrts schreien komm schon was sind das für dinge du hast vor dem meteoriten einschlag bei der infinite skies corporation gearbeitet diese dinge wie du sie nennst dienten damals nicht nur als wahrzeichen der firma sie konnten auch die luft reinigen das ist natürlich lange her und diese geräte haben ihre funktion eingestellt ich vermute die skyens wollen sie reaktivieren um das dunkle elix damit besser zu verbreiten sie benutzen also diese alten maschinen gegen uns wenn wir sie nicht daran hindern sieht ganz so aus dumm sind sie nicht na dann sprich halt nicht mehr mit mir ich habe jetzt 17 von 50 wo war du bist das wasser brauche ich dazu immer okay Genau, Wein und Elex Kriegen wir Arztverbotspunkte Den besseren Heiltrank Okay, der ist halt übertrieben Kriege ich 360 rote Blüten bräuchte ich, damit ich davon 18 Stück machen kann Scharfschützen-Trank Mal sehen Dann Hat der wieder nichts, ne? Dann gucken wir nochmal rein Schadensbegrenzung ist Victor Wissen ist Macht Unser Kind Ja, dann gucken wir uns nach unserem Kind um Wenn es denn sein muss Das hatte eigentlich nichts in dem Spiel verloren, aber Machen wir das mal im nächsten Part Bis dahin, ciao Leute Das war's für heute Das war's für heute Bis dahin, 바로 Los was Puls Das war's für heute